Das ist auch was Schönes. Aber da von Windhag kommen auch andere Töne, nämlich in Weidhofen unten in der Stadt an der Ips, im Stadtschloss, im ehemaligen Rotschildschloss, da ist eine schöne Situation und davor hat das Windhager Parfumshornbläserensemble Aufstellung genommen und das sind, wie man so sagt, die Besten in Österreich. Musik 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 Amen.